Am 18.07.2024, um 13.25 Uhr, wurde die Berufsfahrer Bott am Gegenstand im Rhein in Höhe Wässerling alarmiert, bei dem nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich um eine Person handelt. Die Erkundung vor Ort ergab, dass es sich um einen Baumstamm handelt, der von der Feuerwehr Wässerling aus dem Rhein geholt wurde. Im Einsatz waren der A-Dienst, das Hilfeleistungslöschfahrzeug 2, das Feuerlöschboot, das Mehrzweckboot, der B-Dienst, die Löschgruppen Hersel, Widdig, der Freiwilligen Feuerwehr Bornheim, der B-Dienst, die Löschgruppe Mondorf, der Freiwilligen Feuerwehr Niederkassel, der A- und B-Dienst, die Hauptamtliche Wache, die Löschgruppe Wässerling, das Nuders Einsatzfahrzeug, der Rettungswagen 1, der Feuerwehr Wässerling, der Rettungshubschrauber Christoph 3, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, 4 Fußstreifenkraftwagen und der Polizeihubschrauber Hummel 5. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020